Hallo und herzlich willkommen zu Euronews am Abend. Schön, dass Sie zuschauen. Und das sind die Themen an diesem Aschermittwoch im Überblick. Säbelrasseln und Redeschlachten. Knapp drei Monate vor Europawahl dominieren EU-Themen den politischen Aschermittwoch. Gefährlicher Türkei-Urlaub. Ankara dementiert. Berichte über drohende Festnahmen. Deutscher Urlauber seien haltlos. Und Kritik am Irak wegen Festnahme und Folter von Kindern unter Terrorverdacht. In Deutschland gehört er zur Tradition. Der politische Aschermittwoch gibt den Parteien die Gelegenheit, kräftig auszuteilen. Diesmal steht das Politspektakel im Zeichen der Europawahl. Eine Zusammenfassung von Julian Schaub. Der Aschermittwoch ist für Politiker traditionell der Tag für laute Reden und Pointen. Der rhetorische Schlagabtausch steht dieses Jahr im Zeichen der anstehenden Europawahl. CSU-Mann Manfred Weber will Nachfolger von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident werden und ergibt sich siegessicher. Ich will, ich kann und ich werde Kommissionspräsident werden mit eurer Unterstützung. Danke dafür. Auch SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley zeigte sich im bayerischen Vilshofen, kämpferisch und im Wahlkampfmodus. Deutschland first, Europe second. Gegen alles haben sie Stimmung gemacht. Gegen jede Verbesserung und Weiterentwicklung in Europa, zum Beispiel gegen das Eurozonenbudget, gegen alles, was Europa zusammengebracht hätte. Die Grünen trafen sich in Landshut, wo sich Parteichefin Annalena Baerbock besonders auf die CSU und Verkehrsminister Scheuer eingeschossen hatte. Wer lieber 100 Lungenärzten glaubt, die nicht rechnen können, als 100 wissenschaftlichen Gutachten, na gut, was soll ich dazu sagen, taugt auch nicht so zum Schlagabtausch. Die AfD hingegen will mit Skepsis gegenüber Brüssel punkten und fordert weniger statt mehr Europa. Es betrübt mich zu sagen, obwohl nun sechs Jahre vergangen sind, sind wir weiterhin leider die einzige Partei der Freiheit in unserem Land. All die anderen Parteien, die sind für europäische Bevormundung statt für nationale Souveränität. Ob der Tonfall nach dem Aschermittwoch wieder milder wird, bleibt abzuwarten. Fastenzeit ist in diesem Jahr auch Wahlkampfzeit. Touristen drohen Festnahmen, wenn sie in die Türkei einreisen. In diesem Sinne soll sich der türkische Innenminister geäußert haben. Ankara dementiert entsprechende Berichte. Das Auswärtige Amt allerdings warnt in seinen Reisehinweisen für die Türkei schon seit Längerem vor einem erhöhten Festnahmerisiko. Näheres von Andrea Bühring. Die Türkei ist eins der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Das könnte sich möglicherweise ändern. Offenbar stehen deutsche Touristen im Visier von türkischen Behörden. Die Stuttgarter Nachrichten berichteten, dass Regierungskritikern aus Deutschland bei der Einreise auf türkischen Flughäfen die Festnahme droht. Die Zeitung beruft sich auf eine Rede des türkischen Innenministers. Süleyman Soylu sagte, es werde künftig nicht mehr so leicht sein, die Türkei im Ausland zu verraten und sich dann dort im Urlaub zu amüsieren. Zwar ruderte Ankara mittlerweile zurück. Deutsche Urlauber, auch Regierungskritiker, seien willkommen. Die Warnung gelte nur gesuchten Straftätern wie Anhängern der kurdischen Arbeiterpartei, erklärte der deutsch-türkische Abgeordnete und Erdogan-Berater Mustafa Yeneroglu. Die PKK ist in der Türkei verboten und gilt dort und in der EU als Terrororganisation. Viele Politiker in Deutschland zeigten sich dennoch empört. Der grünen Politiker Cem Özdemir warnte im Kurznachrichtendienst Twitter, Ankara wolle auch in Deutschland eine Atmosphäre der Angst verbreiten. Als Hintergrund der Drohung mag der türkische Wahlkampf zu verstehen sein. In Kürze finden dort Kommunalwahlen statt. Doch das Bild vom unbesorgten Türkei-Urlaub könnte unter deutschen Touristen einigen Schaden genommen haben. Im Irak werden Kinder wegen angeblicher Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat offenbar immer häufiger gefoltert. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Irakische und kurdische Regierungsbehörden sollen auf diese Weise Geständnisse erzwungen und hunderte von Kindern wegen Terrorismus angeklagt haben. Sie haben meine Augen verbunden, mich gefesselt und mit Plastikrohren geschlagen. Sie sagten, gib zu, dass du beim IS warst. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht stimmt. Ich wurde gezwungen zu gestehen. Sie haben Zigaretten auf mir ausgedrückt und mich mit Kabeln und Stöcken geschlagen. Ich wurde für ein Jahr und vier Monate eingesperrt. Von meiner Familie getrennt zu sein, ist schlimm. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Ich denke den ganzen Tag an sie. Human Rights Watch verurteilt in einem Bericht den Missbrauch an den Kindern und die dadurch erzwungenen Gerichtsprozesse und unfairen Verurteilungen. Die irakische Justiz ist nicht in der Lage, alle Straftaten richtig und in vollem Umfang zu untersuchen. In solch einem Rechtssystem bekommen die Angeklagten kein faires Verfahren zugesprochen. Die Behörden erkennen nicht, dass die Kinder in erster Linie Opfer sind, die von den IS-Anhängern benutzt und missbraucht wurden. Nachdem der sogenannte Islamische Staat aus dem Irak verdrängt wurde, stehen immer mehr Männer, Frauen und Kinder wegen der vermeintlichen Zugehörigkeit zur IS-Miliz vor Gericht. Laut Human Rights Watch sollen die irakischen Behörden Ende 2018 etwa 1500 Kinder inhaftiert haben. Tausende Menschen fliehen aus der letzten IS-Bastion Baghus im Irak. Darunter sind auch einige Jesidinnen, die von IS-Schergen entführt, misshandelt und gefoltert wurden. Was sie zu berichten haben, ist zutiefst erschütternd. Andrea Bühring berichtet. Es ist ein emotionales Wiedersehen, als eine Gruppe jesidischer Kinder zu ihren Familien im Irak zurückkehrt. Bis zu fünf Jahre waren sie in Gefangenschaft der IS-Miliz. Damals hatten die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates Städte und Dörfer der kurdischen Minderheit überfallen und Frauen und Kinder entführt. In den letzten Wochen gelang es Dutzenden Jesidinnen aus dem vom IS-Besetzten und umkämpften Baghus im Irak zu entkommen. Um ihnen die Flucht zu ermöglichen, legten die US-geführten Truppen eine Feuerpause ein. Unbeschreibliches liegt hinter ihnen. Es gab nichts. Ein Jahr lang hatten wir kein Essen. Wir aßen Hühnerfutter mit Wasser, Blätter und Gras. Dann ist uns vor kurzem auch noch das Hühnerfutter ausgegangen. Es gab keinen Zucker oder Öl, bis wir schließlich hierhin kamen. Hunger, Bombenangriffe und ein Leben in Sklavenschaft. Ein Schicksal, das sie mit hunderten Jesidinnen teilt. Basse Hamo war 38, als sie entführt wurde. Im IS-Kalifat wurde sie 17 Mal verkauft und verschleppt. Ein albanischer IS-Kämpfer misshandelte sie schwer. Wir stritten uns um ein neunjähriges jesidisches Mädchen. Sie war bereits sechsmal verheiratet worden. Als ich ihn anschrie, warum er das dem Mädchen antue, sagte er zu mir, du bist eine Sklaven, Gott erlaubt das. Es wird geschätzt, dass in Baghus weiter hunderte Jesidinnen in Gefangenschaft leben. Doch für viele Mütter kommt jede Hilfe zu spät. Die österreichische Regierung will IS-Rückkehrern den konsularischen Schutz entziehen. Eine entsprechende Änderung des Konsulargesetzes soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Das Konsulargesetz regelt den Schutz von Bürgern im Ausland, wie zum Beispiel Hilfeleistung oder auch Rückführungen. Wir werden diese Menschen nicht zurückholen, sagte Innenminister Harbert Kickl von der FPÖ gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Sogenannte Foreign Fighters, Menschen, die im Ausland gekämpft haben und in Österreich die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden, können sich dann nicht mehr auf den Schutz des österreichischen Staates verlassen. In den vergangenen Jahren haben mehrere Länder Gesetze beschlossen, nach denen diesen Personen die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Sind diese Menschen dann staatenlos? Nein. Zwei UNO-Übereinkommen, die von vielen Staaten ratifiziert worden sind, verhindern Staatenlosigkeit. Das heißt, den ehemaligen IS-Kämpfern droht in Österreich zwar die Ausbürgerung, aber nur unter der Bedingung, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen. Experten warnen, dass eine Ausbürgerung die strafrechtliche Verfolgung von ehemaligen IS-Kämpfern erschweren würde. Die Zuständigkeit würde auf Staaten übergehen, in denen vielleicht keine Strafverfahren stattfinden. Nordkorea hat offenbar damit begonnen, eine zuletzt stillgelegte Raketenstartanlage wieder aufzubauen. Das berichten mehrere Quellen aus Südkorea und den USA. Das Gelände in Sohae im Westen des Landes war in der Vergangenheit vor allem für Satellitenstarts genutzt worden. Nach dem ersten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im vergangenen Jahr in Singapur hatte Nordkorea mit dem teilweisen Abbau der Anlage begonnen. In der vergangenen Woche war das zweite Treffen von Trump und Kim in Hanoi ohne Ergebnis abgebrochen worden. Beide Seiten konnten sich nicht auf den Umfang der Abrüstung und der geplanten Sanktionserleichterungen einigen. Experten glauben, dass die Arbeiten an der Anlage eine Reaktion auf diese Entwicklung sind. Trumps Sicherheitsberater John Bolton warnte Pyongyang unterdessen, dass die USA die Sanktionen gegen das international isolierte Land noch weiter verschärfen könnten, sollte Kim sein Atomprogramm nicht vollständig aufgeben. Frankreich will bei der Besteuerung großer Internetkonzerne nicht länger auf Europa warten. Die GAFA-genannte Digitalsteuer soll rückwirkend ab dem 1. Januar gelten. Über das Gesetz wird es im April in der Nationalversammlung abgestimmt. Sebastian Zimmermann hat die Einzelhandel. Amazon, Facebook, Google. Sie alle sind Internetriesen, die hohe Einnahmen erzielen. Die Firmensitze liegen jedoch in Steueroasen, wie beispielsweise in Irland. Gegen diese Steuertricks will Europa entschiedener vorgehen. Besonders Frankreich pocht auf eine schnelle Lösung. Paris schlägt nun eine Steuer von 3 Prozent vor. Gelten soll die Steuer für Konzerne, die in Frankreich mit Datenhandel und Werbung im Internet Einnahmen erzielen. Niemand kann akzeptieren, dass die größten digitalen Unternehmen in Europa 14 Prozent weniger Steuern zahlen als andere Unternehmen. Wenn jetzt jemand sagt, Frankreich würde sich dadurch vom Rest abheben, den erinnere ich gerne daran, dass 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten für diese Steuer sind. Sechs EU-Staaten wollen sie in die Praxis umsetzen. Auch in Australien und Indien will man eine solche digitale Besteuerung einführen. Für Frankreich sei dies so wörtlich ein einfacher und effizienter Plan zur Besteuerung von Internet-Giganten. Man werde nun bis Ende des Jahres bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD auf ein internationales Abkommen drängen. Betroffen sind rund 30 Unternehmen, die überwiegend aus den USA, aber auch aus China und Europa stammen. Genfer Automesse im Bann der Brexit-Furcht, Titeln Schweizer Wirtschaftsblätter. In den britischen Autowerken stünden bei Honda, Nissan, Ford oder Opel tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, so Autoexperten. Ob das nun direkt mit dem Brexit begründet wird oder nicht. Für Andy Palmer, Chef beim britischen Sportwagenhersteller Aston Martin, ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Wir sind auf einen Brexit ohne Deal vorbereitet und werden damit fertig. Bei den Zöllen in die EU gehen wir davon aus, dass wir den Nettopreis an den Kunden weitergeben müssen, aber natürlich wird das Pfund einbrechen. Wir könnten etwas Marktanteil in der EU verlieren, aber wir werden das in Großbritannien mehr als ausgleichen, weil unsere Wettbewerber aus Europa kommen und wir Zölle in die Gegenrichtung kriegen. Für Carlos Tavares, Vorstandschef von PSA, Peugeot Citroën, haben die beteiligten Politiker auf breiter Linie versagt. Unter dem Strich brauchen wir einen positiven Abschluss. Das bedeutet einen Deal. Sehen Sie, die Politiker aus Europa und Großbritannien können sich nicht ohne weiteres ohne Abkommen davon machen. Als europäischer Bürger kann ich nicht akzeptieren, dass meine europäischen Politiker und meine britischen Politiker mir sagen, wir konnten keinen Deal finden. Nun, tut mir leid, Leute, das ist keine Antwort. BMW-Manager zweifelten in Genf öffentlich an ihrer britischen Miniproduktion. Betroffene Arbeitsplätze 4.500. Automobilmanager Carlos Gohn ist in Japan aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er hatte zuvor die geforderte Kaution hinterlegt, teilte das zuständige Gericht in Tokio mit. Der ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende des Autobauers Renault und frühere Chef der Unternehmensallianz Renault-Nissan Mitsubishi war am 19. November in Japan festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, gegen Börsenauflagen verstoßen zu haben. Gohn bestreitet das. Die Kaution war auf eine Milliarde Yen, rund 7,9 Millionen Euro, festgelegt worden. Gohn ist es untersagt, Japan zu verlassen. Er wird per Video überwacht, zudem darf er nicht frei über sein Mobiltelefon verfügen. Zum Schluss noch eine geballte Ladung Frauenpower. Captain Marvel, der erste Marvel-Film mit einer weiblichen Titelheldin, kommt in die Kinos. Brie Larson spielt die taffe Superfrau aus dem All. Ein Filmtipp von Sigi Ullrich. Captain Marvel ist der allererste Marvel-Film mit einer weiblichen Titelheldin, Oscar-Gewinnerin Brie Larson. Sie ist im Film eine Air Force-Pilotin, die die Explosion eines futuristischen Antriebs überlebt, daraufhin unermessliche Superkräfte entwickelt und zu Captain Marvel wird. Captain Marvel ist das 21. Superhelden-Spektakel aus dem Marvel Cinematic Universe, zu dem unter anderem Spider-Man, The Avengers oder die Guardians of the Galaxy gehören. Der Regisseur und Drehbuchautor. Da ist viel Action drin, Spektakel und die schönsten visuellen Effekte, aber auf einer anderen Ebene, meine ich, haben wir Herz eingebracht und eine emotionale Reise, auf die sich Carol Danvers begibt und das Publikum mitnimmt. Für Darstellerin Brie Larson kein Vorreiter eines neuen Feminismus-Trends beim Filmvorteil Rotten Tomatoes, sollen allerdings so viele negative Kommentare über den Film gepostet worden sein, dass die Herausgeber die Möglichkeit abstellten, Filme bereits vor ihrem Kinostart zu bewerten. Vermutete Ursache für die Kritik? Sexismus. Kinostart in diesen Tagen. Soweit unser Nachrichtenüberblick an diesem Aschermittwoch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen und Hintergrundberichte finden Sie auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken. Jule Schaar empfängt sie morgen an dieser Stelle. Ihnen noch einen schönen Abend.